Weil das Hochhaus gibt so viel Eindruck, wenn das wirklich funktioniert, dass ich den Eindruck dann bekomme, dann bekomme ich Pro. Na, muss ich nachher einsammeln. Ah, okay, das ist nur ein Katapult. Ah, das sind zwei Katapulte. Okay, zwei Trupps Bogenschützen, da habe ich eventuell ein kleines Problem. Äh, das hat sich gerade gezackt. Das ist uncool. Okay, eine Taverne, äh, da hin. Das glaube ich eher weniger. Ich, äh, guck gerade nur, dass ich irgendwie meine, die Wünsche meiner, von meinem Stamm erfülle. Damit ich die glücklich kriege. Ja, die ich zerstören werde. Sehr gut, richtig. Sie werden diese Bäder nie wiedersehen. Hm. Ja. Ja, die Kinder. Um die kümmern wir uns auch. Ich könnte diesen Friedhof verschonen, um dort ihre Reste zu verscharren. Auch die Alten werden nicht verschont. Sollen ihre Häuser brennen. Äh, dachte ich mir irgendwie schon. Ähm. Wie war das mit... Ähm. Bekehrter Brüter. Ich brauche schon... Bekehrter Brüter. Um... Bekehrter Brüter. Die Leute zusammen so... Oh. So. Wo ist meine... Wieso ist die Puppe da hinten? Ähm. Hm. Hm, hm, hm. Ja, das wird interessant. Hm. Ein Kornspeicher wäre ganz nett. Ja. Ja. Die Griechen würden keine Kornspeicher mehr brauchen. Okay, ähm. Felder, Waren... Hier. Da kann ich eins bauen. Diese Griechen werden unsere Felder nie wieder verlassen. Warum auch immer ich die nie wieder verlassen soll? Ähm. Ich denke mal doch, dass ich's tun werde. So, jetzt erstmal Wasser. Ich brauche nämlich... Boi. Boi. Meine arme Kreatur. Sehr schön. Ähm. Hey, was ich versuchen könnte, wäre ganz einfach hier angreifen. Hm. Wenn ich die Tore niederreiße und dann eine Armee da reinschicke. Das passiert allen. Die es wagen, sich gegen die Macht der Azteken aufzulehnen. Das... Das ist, ähm... Eigentlich eine echt coole Idee. Hm. Okay. Du gehst jetzt raus. Ich mach wieder zu. Hm. Das wird ein bisschen schwieriger, die hier einzunehmen. Aber die da oben... Die hier wird... Die hier wird recht einfach werden. Es wird Zeit. Lass die Kreatur los. Nö, die haben auch eine. Die haben auch eine. Moment. Dann lass meine Kreatur da. Dann kann meine Kreatur nämlich... Ganz hinterrücks die Katapulte anbleiben. Ähm. Ähm. Ich hörte wohl nichts mit hinterrücks. Die haben angehalten. Verflammt. Verdammt. Geht wohl nicht anders. Komm. Bleib beieinander stehen. Dann kann ich euch beide gleichzeitig... Hau rein. Beeil dich. Und jetzt noch das andere. Wir verlieren Katapulte. Das ist untragbar. Es ist mir wurscht, was du verlierst. Sag, ich krieg mit meiner Kreatur deine... Greif an! Das ist mir jetzt... Oh Gott. Äh. Nicht gut. Greif halt trotzdem einmal. Aber immerhin... Der eine hat mir Schaden zugefügt. Zwei Leute. Einer. Insgesamt drei Leute. Oh, 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 oh. Ein Gefüller. Ähm. Moment. Dagegen hab ich was. Reiß diese Mauer nieder. Dagegen hab ich was. Die Schützer. Sie machen unser Volk alle. Nein. Oh, oh. Oh. Anders kann ich den Gerüter da gerade nicht angreifen. Niemand kann die Ansteten und ihre ähnlichen Mächte aufhalten. Mach das ähnliche Wunder bereit. Ach, komm schon. Jetzt schon. Schieß zurück, verdammt. Nee, die sind fast alle tot. Kacke. Wir dann noch... Hier drauf. Ach nee, ihr müsst erst mal runter, gell? Ah, okay. Warte, boah, nie Krieger da. Jemand zerstört das Dorf. Äh, Sekunde. Wo ist der... Verdammt, wo ist der Stein? Ach, Mist. Nein, ihr solltet doch... Nach oben mit euch. Los, jetzt. Auf die Mauer, los. Was geht das dann? Äh... Wo will der hin? Wo will der hin? Uh, wir haben den ersten Angriff überlebt. Und das ist natürlich mal ganz cool. Bogenschützen. Hä? Ich bin bereit. Was haben die denn hier wieder für... Auf die Mauer! Haben die für einen Käse gemacht hier? Das gibt's doch nicht. Und die müssten jetzt angreifen. Hä? Wie wär's? Los! Wo seid denn ihr sonst da? So, ein Ding mit den vielen Verlusten kann jetzt einfach mal runterkommen. Puh. Ähm... Oh, Mann. Der Armee ist nur noch bei 5. Ausrücken! Soll der Vulkan diese Narren noch einmal verlichten? Sekunde. Ich bin grad nur beschäftigt mit... Komm schon, Schildwunder. Feuer frei! Bitte nicht. Oh. Ich hab's nicht direkt geschützt. Das Serienwunder würde gut werden, wenn ich noch Leute dafür hätte. Oh, nee. Ich hab doch ein... ...demisches Schildwunder da hingesetzt. Oh, Moment. Warte, war da nicht was mit Wasser? Ha! Was ist der... Oh, nein. Was ist los? Oh, nein. Oh, oh. Oh, 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 nein. Puh. Das ging ja fast noch mal gut. Wie gesagt, fast. Hm. Hätte ich meine Schilde weiter nach vorne geschoben gehabt? Das war ganz einfach gewesen. Aber... ...denn ja von grad ein bisschen. Ha. So kann man seinen... ...seinen Bereich also auch retten. Äh. Was wird das denn jetzt... Wir eilen dir zu Hilfe, Gott der Griechen! Oh, yeah. Die Wikinger sind da. Der General der Wikinger hat Truppen geschickt. Noch ist nicht alles verloren. Höre die Wikinger in die Schlacht, Gott der Griechen! Wir kämpfen für dich, auf dass wir unseren Valhalla wiedersehen! Was soll das? Die Verlierer verbünden sich mit dem Erdogan. Wir verbünden uns gegen dich, du aztekischer Kriegshetzer! Wir verlieren Katapulte! Das ist untatbar! Oh. Also konnte ich meine... Ja! Ich konnte zumindest meine Kreatur noch mal schicken. Ähm. Genug! Lass die Azteken ein für allemal triumphieren! Ah. Komm schon. Die letzten. Ich brauche eine Gruppe zum Eroberen. Und die? Den letzten? Verdammt! Was war das? Au, au, au. Das ist nicht gut. Wer greift da an? Ah, da ist eins. Oh, oh. Ich hätte das wohl ein bisschen statikerisch machen sollen. Aber wir haben sie jetzt. Das bedeutet... Wo sind Steine? Verdammt. Verdammt. Das Dorf wird angegriffen. Diese griechischen Narren haben ein... Da! Da ist ein Stein. Wird gehabt. Die Saffanluste... ...werden meine reichlichen Truppen motivieren. Äh. Äh. Gegnerreiches Katapult da. Äh. Äh. Letzt Wunder. Hier. Heilwunder. Heilwunder. Eingriff. Wer auch immer da ist. Greift diesen Idioten an. Die machen unser Volk alle! Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin nämlich gerade dran, den einen zu besiegen. Aber wieso? Los! Jetzt! Da ist noch einer. Puh! Eine Armee verteidigt die jetzt. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben einen Katapult. Wir haben zwei Trupps. Wir haben hier nebendran Steine liegen. Und wenn wir da was hinbauen, bekomme ich die auch noch. Und wenn ich jetzt noch mal versuche, ein Wasserwunder. Hm? Hm? Fast komplett weg. Warum sieht das ein bisschen rosa aus? Aber okay. Äh. Ein Sirenenwunder. Wieso nicht? Hier wären auch nur Steine gewesen, aber die wären ganz klein. Wahrscheinlich. Ähm. Das stimmt. Mit dem Tanzen. Da brauchen wir ein bisschen Platz für. Was ich jetzt vorhatte, war ein Haus zu bauen. Das war nicht irgendeins. Sondern so eins. Seht nur, Herr, wie hoch ihr bauen könnt. Ja, wir können hochbauen. Sehr gut.